Ey Leute, was geht? Download Tricks ist hier und so und jetzt sind erstmal euren Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Eine Runde Winning Putti am Start mit den Jungs. Die haben gesagt, das Game bockt und ich soll auch mal dazukommen. Ist ein Product Placement, aber es macht absolut Laune. Checkt auf jeden Fall die Folgen bei den Jungs aus. Und ja, wer ist denn überhaupt dabei? Der Monto der Solution. Moin Seins, Freunde, was geht? Ja, moin moin meine aktiven Downloader. Wer ist denn da im Hintergrund die ganze Zeit am Klicken, Alter? Ich? Das hört man absolut Todes. Klick-Tricks. Also, ich bin ready. Let's go. Dann sehen wir uns gleich beim ersten Loch. Kappa Klaas. Den Großmeister da vorlegen, okay. Zwar die ums Loch wieder? Ja, wer, 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 wie steht's denn jetzt überhaupt? Also, die erzählen auf den Tisch. Also, ich bin einmal Erster geworden, Moin ist einmal Erster. Genau. Nice! Das heißt, ich muss jetzt euch beiden jeweils einen Zehner geben, oder wie ist das jetzt? Da kannst du ihn jetzt mal Letzter gewonnen hast, oder? Ja. Da wird dir ja schon was, fast wie bei Mario Kart. Also, nochmal Zehner auf dem Tisch hier, oder was, jeder? Ja, Zehner. Ja, jeder nochmal Zehner. Läuft, Freunde, so macht das Spaß. Carsten, schon ein bisschen und Zwanni schmeckt. Schulden-Eintreiber sind unterwegs. Und du musst ein Zehners Monte geben und ich ihm auch, ne? Nee, ich bin einmal Erster geworden, oder? Ja, aber Monte ist auch einmal Erster geworden. Ja, ja, dann sind wir doch Quitter nicht, wie ich am Monte. Danny und ich sind Quit. Genau. Stimmt. Du schuldest mir und Danny einen Zehner. Ja, scheiße. Beziehungsweise, du schuldest Danny einen Zehner noch, weil du ja so aktiv hast. Scheiße, Digga. Wollt ihr die Korpsen-Eintreiber-Sorie erzählen? Nein. Doch, Solution, Solution erzähl mal bitte. Warum ich dir einen Zehner schulde auf den Nacken? Wir haben doch vorgestern gechillt auf dem TS, bis um 5 Uhr, 6 Uhr morgens, haben uns die ganze Zeit, die ganze Zeit geschnappt über YouTube-Ideen, was man alles machen könnte, du krass. Und dann um 7 Uhr morgens oder so, hab ich dann gesagt, komm, wir machen eine kleine Wette, eine Motivationswette. Jeder hat einen Zehner auf dem Tisch, ich hab heute zwei Videos hoch und du läst eins hoch. Ich hab mich beide Videos, hab mich so hingequält und auch bis um 10 Uhr morgens Videos geschnitten und hochgeladen. Und dann, ja, fängengegangen und bei Carsten kam wieder ein X-Germain. Ja, die Motivation war da, aber mein PC ging irgendwie aus. Wolltest du nicht auch noch am Stream? Äh, PL1-Gerda-Daten. Du sagst Stream, Digga, ich war im Stream-Chat, alle haben so getan, ey, das ist mit Carsten, Alter, aber das Spiel ist einfach offline geblieben, er hat außer sehen nicht Streaming-Starten gedrückt, sondern Aufnahme-Starten gedrückt. Genau. Chat, rotze voll, ähnlich wie den Sonntag. Oh, rough. Rough. Rough, nee, 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 ich bin drin. Das ist voll der Weg, Alter. Boah, ich muss jetzt absolut richtiges Gerät drüberhauen, sonst lande ich da auch im Sand. Oh, Mann, ich hab natürlich, ich bin gerade auf dem Sand gelandet, Billaston, Alter. Boah, der kommt richtig gut, Jungs, das ist ein Komet. Oh, dann auch im Sand. Oh, Mann. Ah, doch, auch. Ein bisschen mehr hätte ich gebraucht. Auch rough. Ein bisschen mehr hätte sein müssen, Digga. Komm, Monte, gesellig zu uns, Digga. Oh, nein, Overswing, Billaston. Da vorne ist Sand, Monte. Müssen wir da nicht mal vorbeigucken. Ah, scheiße. Ja. Oh, klar. Die Richtung gefällt mir. Oh, aber gut. Oh, schön. Ja, aber es war mit Overswingen, Alter, Mann. Ah, ich glaube, ich schlade vom Sand direkt zum nächsten Sand. Du bist nicht im Sand, Digga, du bist nur kurz davor. Ja, aber das ist auch die roughed Zone, die ist auch scheiße. Übrigens an die Zuschauer, ne, aktiver Download-Link ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung, falls ihr das Spiel auch mal austesten wollt. Ist, denke ich, mal ganz chillig mit Kollegen so, nachdem man sich Cancer-COD oder so gegeben hat. Und, Carsten, sorry, dass ich unterbreche, gibt es jetzt auch bei Steam. Ja, genau, gibt es bei Steam jetzt auch. Könnt ihr euch easy downloaden. Oh, war gut. Spannende Runde auf jeden Fall. Ist das Game free to play? Schon, ne? Ja, ja, klar. Du bist jetzt doch vohlen runtergeladen, du Pflaumenpflücker. Stimmt. Vergess Lichttricks. Er weiß nicht, ob man kuchen zahlen muss oder nicht. Ja, Digga. Oh, aber in Sand damit, Carsten. Oh, nein. Schon, Tricks. Nein, nein, bitte roll da nicht rein. Guck mal, wie dicht unsere Bälle aneinanderliegende Homo. Kopf an Kopf. Voll Homo, Digga. Verstörend. Jetzt kommt, Digga, jetzt muss ein absolutes Gerät rausgehauen werden hier. Overswing. Oh, come on. Nice. Oh, Alter. 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 Aber er rollt mir so ekelig lang. Ich würde jetzt fast schon sagen, spamme alle den Panzer an den Scheiß. Oh, Alter. Oh, Alter. Der war sexy, Digga. Der war echt heftig, der Schlag, Digga. So. Absoluter Komet, Mann. Ich gesele mich zu dir, Digga. Hoffe ich. Klapper Klaus. Klapper Strauss. Oh, Mann. Overswing. Oh. Oh. Der kommt zu schräg. Ne, der kommt noch gut. Habt ihr ne Büsche damit. Oh. Oh. Der hat mich schlecht, Alter. Hätt schlechter kommen können. Oh, der rollt schon bald. Richtig. Mindestens noch zwei brauchst du trotzdem. Ja, zwei brauch ich noch. Na, obwohl wer weiß. Wenn ich jetzt gewinne, dann sind wir alle Quillpit. Schuldenfrei. Außer ich und Danny. Ja. So, Freunde. Schaut hin und lernt. Oh, so kommt man im Kopf. Oh, so kommt man im Kopf. Der Zwegart braucht nicht in der Hood kommen. Ach, bis der kommt. Oh, auch gut. Alter. Ja. Oh, Alter. Juhu. Zwei müssen da glaube ich auch noch sein. Ja. Frechheit, Alter. Oh, wer ist das an? Ich, ne? Ich bin am weitesten weg. Ja, doch. So 16 Yard. Ich verstehe nicht, wie entscheidet das Spiel immer, wer dran ist. Der am weitesten weg ist. Ja. So. Da bin ich bekannt für geworden. Für diese Schläge, Leute. Jetzt verkackst du richtig, Digga. Der Joke dreht mich rechts vorbei. Nee, Mann, der kommt jetzt rein. Ich weiß was. Da bin ich eiskalt. Da kenn ich nämlich nix, Leute. Bei diesen Schlägen hier. Zack. Der geht rechts vorbei. Ich seh's eigentlich schon. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Nice. Nein, rein auf zu rollen. Ja. So, Freunde. Schwierig jetzt. Den kriegst du rein. Was haltet ihr davon? Ich mach den einfach rein. Jo. Bin ich dabei. Wahrscheinlich. War das? Das ist dein fünfter Schuss jetzt, ne? Ja. Ja. Ich guck genau hin jetzt hier. Wenn du jetzt rein machst, hast du ja gewonnen, verdammte Axt. Guck mal hier jetzt, guck mal. Ich mach da nicht rein. Guck mal jetzt. Ich weiß es. Guck mal, guck mal jetzt, Digga. Oh. Ne. Belastend. Belastend 88. Digga. Der war echt nice. Ey, was soll ich denn da machen? Kannst du den verjuckelst du? Das ist dir klar, ne? Hm. Weiß ich, Digga. Verjuckelst du? Komm, Red Hat Tricks, alter. Der geht vorbei. Der verhungert, der verhungert. Ja, ja, ja. Ah, ja! Ja, blöden Hund, ey. Ja, Digga. So, holen wir uns mal in den 20 Upwraest an. Ah, was? So, bin ich dran, Freunde. So, dann zeig ich euch mal, wie das geht. So, wartet. Ich hoffe, du jokest so rein. So, zack. Zack, man kennt ihn. Man kennt ihn? Ne, ne, ne. Och, man. Vorgelegt. Hier Potzen. Ne, ich kann auch nachziehen. ich kann nachziehen. Das ist doch einfach x-te ungerecht. Also ich hab sechs Schläge gebraucht. Du bist schon raus. Das ist dein siebter Schlag jetzt. Nee, ist auch mal sein sechster. Das ist auch sein sechster. Aber du hast ja, der, der als Erster eingeloggt hat, hat ja gewonnen. Nein, Digga, oder? Doch. Na klar. Absolut Bullshit, Digga. Als ob. Ja logisch, weil er hat dann am besten immer geschlagen. Darum geht's doch aber nicht, Digga. Wir haben doch die gleichen Schläge. Es geht doch nicht, wer zuerst fertig ist. Doch. Das ins Spiel entscheidet ja, wer als erstes immer schlagen darf. Es geht um die Punktzahl am Ende, Digga. Das ist beim Golfen. Wir haben jetzt alle sechs. Ja, dann ist es unentschieden. Nächstes Loch, let's go. Next hole. Nächstes Loch, let's go. Reinbuttern den Aal. Dann würd ich sagen, nochmal auf den 10er, oder? Ja, auf den 20 erhöhen. Ja, auf den 20. Jeder ein 20. Jeder ein 20? Jeder ein 20. Ich weiß nicht, wie sicher ich mich fühle. Okay. Die hauen absolut krass. Denn da vorne ist ein Weg, ne? Das ist Sand. Das weißt du. Ich seh das Geld, man. Da bin ich nicht unstoppen will. Ja, sieht man, Digga. Oh! Ja, nein! Ey! How to bounce? OB steht da. Digga, du brauchst einen Tampon, glaub ich. Der ist lost. Ja, ich bin lost. Ich bin lost. Komm, erhöhen wir den Preis. Kaum, 20 Euro sofort krieg ich einen Anfall, Digga. Warte mal, der Wind ist sehr stark. Da müssen wir mal ganz leicht... Wo siehst du hier Wind zur Hölle? Oben in der Mitte, Digga. Bam, der kommt gut. Ja, sehr schön. Und... Der ist in Ordnung. Der kommt schön gerade. Der ist in Ordnung. Der ist nice. Oh, ich muss auf jeden Fall einen Schlag ausgleichen. So, schauen wir mal, ob wir den Monte hier auf die Pelle rücken können. Oder vielleicht mir sogar, Kappa. Ja... Ja, nein. Bisschen... Ach du Kacke, Mann. Ach du Scheiße. Ey, Jungs, ich hab mich wirklich nur ganz bisschen verdrückt, man. Das ist ja wohl absoluter Joke, Mann. Hä? Ah, ich muss nur vorne schlagen. Ach, Mann. Aber Carsten auch auf mich, ne? Ja. Das wird dir als dritter Schlag angekreidet. Guck mal. Oh mein Gott. Das ist ja richtig broke. Also, Danny ist schon lost. Danny ist schon raus. Ich bin auch raus. Könnt direkt eigentlich drittes Loch machen. Nein, nein. Aber der kommt gut dafür. Ja, aber das ist dein dritter Schlag schon, Danny. Ja, Digga, ist das halt so. Was soll ich denn tun jetzt? Trauriger aber war, sagt er, oder? Deinstallier. Ja, aber nee, guck mal. Ich hab noch Hoffnung, weil Carsten in der Schein der Mitte ist. Ach, den haben wir doch vorhin schon, ne? Carsten kann ihn doch ficken. Und vielleicht leidet einer von euch mal im Sand, Leute. Ja, das wäre nicht so schön, Alter. Zack, schön hier. Ach du Scheiße. Fairway. Das Spiel ärgert mich, Digga. Ärgertricks. So, Freunde. Da ist Sand nach rechts, bitte. Jetzt wird's halt schwer. Jetzt wird's echt schwer. Was machen wir denn da? Dieses Sandloch ist so gefährlich, Mann. Checkt auf jeden Fall Montes Folge aus, wie Danny vorhin im Sand gestackt ist. So, komm schon, Alter. Dann hast du zwei Schläge eigentlich verloren. Das sieht gut aus. Oh, der kommt gut. Der kommt gut. Der müsste nicht in den Sand gehen. Der ist perfekt. Nee, nice ist der. Komm schon, Baby. Warum schlägt die jetzt nicht? Get on my legs. Nice. Guck mal. Oh, schön. Der geht nicht in den Sand? Doch. Nein. Guckt euch das an. Ihr könnt ihr lernen, ihr Flatterfotzen. Danach kannst du drüber schlagen, eigentlich. Und ich werde wieder so im Sand landen. Ich weiß das so sehr. Och, Mann. Bitte nicht. X den Sand laufen, Alter. Let's go. Wir sind schon beim vierten Schuss. Viel steht für Leister. Oh, der kommt. Jo, okay. Der kommt gut. Bitte nicht in Sand. Der geht. Nee. Nein, nicht da oben. Ey, Mann. Fairway, No. Das ist, glaube ich, ein schlechter Winkel, Digga. Aber bei dir ist er auch gefährlich, Mann. Weil du kannst, glaube ich, gut in den Sand reinhauen. Ja, ich weiß gar nicht, wohin ich schlagen soll, Mann. Du musst wahrscheinlich an der Seite, würde ich sagen. Dass er da auf der Seite landet, irgendwie. Also, sei nicht vom Sand, weißt du? Von der Grube. Mhm. Das ist aber richtig schwer. Das ist aber richtig schwer. Hoffentlich wirst du den so rauskloppen und muss immer von vorne anfangen. Oh. Ja. Alter, was ist das denn? OB? Nee. Guck, ihr müsst gar nicht auf Montes vorgewechseln. Ihr habt den Kasten selber im Bunker. Ach, Mann. 4 XP, 4 still für Lifestyle. So. Ja, das würde ich mal sagen. Ich bin raus. Den noch nicht. Ich habe noch einen Schaden mehr als du, Mann. Den können wir hier ganz... Ich bin im Sand, Digga. Wir gehen jetzt hier. Zack. Zack. Und zack. Der kommt jetzt nicht so schlecht. Ja. Aus Loyalität hättest du ruhig in Sand hauen können, Alter. Oh mein Gott. Der ist gut, Mann. Den kriegst du rein danach. Ja. Egal. Ich muss nur besser als Karsten sein. Wenn ich verkauf alle deine Schuhe. Das lobt man sich so. Oh. Schöner Wind hier. Schöner vorne, Digga, Leute. So, Karsten. Ich verabschöne mich mal von dir. Verpiss dich. Du hast immer noch einen Schlag mehr, du Hund. Aber du bist im... Oh, nein! Ich komme auch in Sand. Oder? Ja! Ah! Nein! Wir gehen aus... Wir kommen in Sand! Oh! Dank dir! Nein! Fairway. Fairway ist nicht in Sand. Bunker. Bunker steht bei mir. Bei mir steht Bunker, Digga. Nein, bei mir steht Fairway. Lüg nicht, Alter. Ist so. Real Talk. Real Talk. Du lügst doch, Digga. Real Talk. Real Talk aus dem Sandloch, Alter. Ja. Oh? Nee! Das musst du rausstecken. Ich werde zum Elch. Komm, Karsten. Mach doch mal eine Erinnerunde im Bunker. Ey, ich bin absolut lost, Digga. Obwohl, nee, nee. Jetzt sind wir nämlich gleich auf, ne? Digga, das nimmt hier schon Ausmaße an wie bei Mario Kart, Alter. Oh, Digga. Mario Kart ist noch besser, Digga. Meiners... Oh, nein! Der war gemein. Wie mach ich das nochmal, wenn die Flagge in der Mitte ist? Muss ich erst auf die Flagge oder erst auf die 100 Prozent? Auf die 100 Prozent? Das weiß ich nicht. Ey, fickt euch! Erst auf die Flagge, erst auf die Flagge, Digga. Nee, erst auf 100 Prozent, Mann. Nein, erst auf die Flagge. Oder? Oh, erst auf 100 Prozent, dann Flagge. Ich hab immer Flagge gemacht und dann 100. Ja, danke, Monte! Danke, Monte! Siehst du, du hast dich geirrt, Monte. Ich hab das mal mit 80 falsch gesagt. Ach so. Scheiß, Digga. Ich hab noch nie jemand gesehen, der Vormlauch weggeschlagen hat. Ach, Digga. Der kam so krumm. Ich hab keinen Bock! Was ist das denn, Digga? Guck mal, der gibt... Ich bin raus! Ragequid! Alter, ich bin done, Alter! Oh, shit, Digga! Digga, sag doch, Digga, ne jetzt, Alter! Aber Carsten kann auch noch verkacken. Carsten verkackt auch! Oh! Oh mein Gott! Ach, der rollt wieder so lang. Ja, rollt noch ein bisschen weiter. Dann bin ich mit Carsten nicht auf dem letzten Platz. Ich glaub, du bist komplett raus, Danny. Ja, aber Carsten ja auch. Er hat auch noch einen Schlag. Ich glaub, maximal sieben Schläge. Ähm, Wind ist... Ja, dann machen wir mal ein bisschen rüber. Du bist erst bei vier Schlägen, Monte. Du hast absolut gewonnen, Alter. Ja, mal gucken. So, schaut mal. Zack. So, der müsste eigentlich ganz gut kommen. Der kommt ganz gut. Der kommt ganz gut. Ich glaub, der verhungert. Der kommt, der kommt gut, Freunde. Ja. Oh mein Gott, schön gemacht. Dankeschön. Äh, Carsten, 30 Euro, Danny, 20 Euro, 50 Euro auf meinen Nacken. So lobe ich mir das, oder? Den brauchst du ja auch. Hab sie 88. Ja, genau. Mal ein Pack-Opening von, Alter. Töss dich, Alter. Gönn dir. Auch nicht die ist nur scheiße, Digga. Ich hab, äh, heute einen Walker gehabt. Und du? Oh nein. Der verhungert. Der kommt gut. Nein. Der kommt, ne, das ist, ne, Digga. Das ist, ne, Digga. Carsten, aus. Ich bin auch gelost. Ich hab, was passiert jetzt? Absolut, Digga. Achso, stimmt. Meiner Freunde, Mann. So lobe ich mir das. Oh, roten Sand. Habt ihr gesehen, wie kurz die Karte ist? Ja, oh, stimmt. Zehner, Zehner. Okay, Carsten ist dabei. Oh, oh, scheiße. Oh. Herzklopfen, Herzklopfen. Ja. Ach, scheiße. Komm, 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 komm. Ja, der kommt trotzdem ganz gut. Oh. Ja. Was ist eigentlich, wenn die Zeit abläuft? Oh. Ne. Oh. Alter, die Map ist ja absolut kurz. Also beide so... Ah, scheiße, Alter. Bisschen zu weit weg. Da baust du wahrscheinlich noch zwei, hoff ich. Na, mal gucken. Komm schon. Komm. Man hat vor wenig Zeit am Anfang gehabt, weil wir so viel gelabert haben vorher, Mann. Mhm. Komm. Der Golfer. Der Golfer des Jahrhunderts. Aber woher kommt es, dass die Map nicht so kurz ist? Tiger Woods. Oh mein Gott, der ist auch gut. Ich bin Tiger Woods. Na, Slaypull doch nicht. Tiger Woods. Doch, der kommt gut, Danny. Oh, oh. Komm schon nicht rein. Oh nein, oh nein. Ey, Carsten ist ja noch unterschiedlich. Mal gibt's große Maps, mal gibt's kleine Maps, weißt du? Ja, aber das passt auch perfekt. Ja, das ist eine geile Abwechslung, Digga. Dann ist deine Aufnahme nicht 30 Minuten lang, weißt du was ich meine? Genau, genau. Als ob das Spiel auf unserer Seite ist. Da will wohl... Das Spiel will noch ne Folge, Digga. Oder Zuschauer, wollt ihr noch ne Folge? Haut's mal in die Kommentare. Ich find das absolut entspannt, das Spiel, Mann. Oh, Carsten? Der rollt auch zu weit, glaub ich. Oh, nö, nö. Deiner ist am besten. Wunderschön. Ja, Mann. Carsten war wahrscheinlich zwei. Danny ist dran, weil er am weitesten weg ist. Na, egal. Dafür mach ich den jetzt rein. Oh, ich riech die Muni. Zwei Schläge. Sieben Yard. Ich seh schon die PayPal-Überweisung auf meinen Nacken. Sieben Yard. Da kennt man mich für. Da lass ich nicht mit mir ficken, Alter, meine Hauts! Der kommt, der kommt. Ruh ich den Basie auf, Mann, der Käse. Schön. Was ist Bescheid, Digga. Chip and Birdie. Birdie, ja. Na gut, wenn ich jetzt einen reinmach oder Carsten, dann ist es leichter, ne? Mhm. Dann hat niemand gewonnen. Mhm. So. Den mach ich jetzt, glaub ich, rein. Wind ist minimal. Das heißt, du mach den ganz leid rüber. Ich glaub auf den Boden tut der Wind eigentlich eh nicht bei dem Fluss. Doch, doch. So, und zack. Zack. Der sollt rein gehen. Der kommt gut. Nee, geht nicht rein. Oh! Oh mein Gott. Wie geil. Karma, Digga. Fickt euch. Immer am schlecht schlagen, 88. Halt's maul, Alter. Du hast eben 8 Schläge und bist raus. Wie klar warst du? Stimmt, Alter. Wir sollten echt nicht gucken. Alles auf. Carsten, mach ihn rein, bitte jetzt. Alles on stream, Digga. Lass Danny nicht gewinnen. Doch. Okay, Digga. Für dich. Carsten, Digga. Der kommt. Ja. Wunderschön. Doch, doch, doch. Sehr schön. Jawohl. Keine Schulden, Alter. Also kriegen wir von Solution jeweils in 10er Munte, ne? Hä? Hä? Gar kein Cash. Ihr habt beide 2. Platz gemacht. Hä? Wir haben beide 2 Löcher gebraucht. Munte kicken 10er von mir noch jetzt. Wieso? Ich hab doch auch... Ich hab auch 2 Löcher gebraucht. Du hast 3 Löcher gebraucht. Hä? Hä? Guck mal. Das bestellen wir nach der Aufnahme. Scheiße. Na gut. Ich hoffe, euch hat die Folge geschauen. Äh, was? Versprecher-Trix. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. War auf jeden Fall eine chillige Runde. Checkt auf jeden Fall die Videos von den Jungs ab. Ja, x der gute Schläger. Dann sehen wir uns hoffentlich demnächst nochmal zu einer Aufnahme von Wenningput. In Daimon. Lasst euch gut gehen. 4 Munden. 4 steht für Leicester. Lasst euch gut gehen bis zum nächsten Mal. Peace. Sagt noch Tschüss, Jungs. Ciao, ciao.